Ah, Monke, Sie sind da. Ich habe heute den Fall Klausowitz ausgegeben. Berlin wird Randstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Dieser Versager, dieser Schmarrotzen. Ein paar Vanille, ein Faulbeitz. Mit einer Erfragen mit der Handung zum Feigdachler, die Luft machen. Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Wohin immer der Feind vordringt, er soll nur noch eine Wüste vorfinden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Feigdachler nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn, ich will Feigdachler sehen. Zerfahrt! Telekom von Göring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach Inwand und Außen. Dieser Versager, dieser Schmarrotzen. Ein paar Vanille, ein Faulbeitz. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das ist Ihr Zware, die neue Weltkönigkeitschung. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Feigdachler nicht finden. Dann suchen Sie ihn hin! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Venk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Venk mit seinen wenigen Verwenden der guten Armee... Wieso behaupten Sie einen Angriff? Venk sei unwahrscheinlich! Venk hat der roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Laufen Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst, aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus! Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen! Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe! Schädler, los! Kommen Sie mit! Tut mir leid, ich gehe nirgendwo mehr hin! Weiter! Falls die Russen mich... Ich muss hier weg! Sie haben nichts Unrechtes getan! Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generation dankbar sein! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden! Er ist nicht in der Bunkanlage! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden! Entsuchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum, ein Mädchen kaum Tabakum, ein Mädchen gut! Wenn Blackie comes down to high low, poor old man! Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Dann soll die Armee eben kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig! Das war ein Befehl! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches! Ich bin mit mir ins Räume gekommen! Ich bleibe in der Hauptstadt! Mein Führer, du und du bist in der Stadt! Das kann und darf recht sein! Dass diese kulturlosen Pest in Europa überschwemmen! Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke! Aber wir müssen auch da eiskalt sein! Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen!